Disclaimer Oder die Spielwelt zu erleben kann Von deinen Erfahrungen und Erinnerungen Teils erheblich abweichen Lass uns unsere Erlebnisse Wir laden dich ein Sie mit uns neu zu erfahren Solltest du Handlungsstränge erkennen Bitten wir dich Wenn es denn unbedingt sein muss Diese nur mit Spoilerwarnung zu kommentieren Beim Spiel Kann es zur Thematisierung Verschiedenster Ismen kommen Sollte dich eine Thematik Oder eine Verhaltensweise stören oder triggern Bitte achte auf dich selbst Und spule vor Zurück Überspringe eine Folge Oder schaue etwas anderes Aber bitte Quäle dich nicht mit dem Was wir hier tun Denn diese Runde soll sowohl für SpielerInnen Als auch für euch ZuschauerInnen Zur Unterhaltung da sein Auch und gerade bei Themen Die schwierig sein können Bitten wir dich absolut Zwischen gespielten Charakter und SpielerInnen Zu unterscheiden Alles ist fiktiv Nur ein Spiel Fühlt euch frei Charaktere oder Plotlines zu mögen Oder nicht zu mögen Aber übertragt diese Gefühle niemals Auf SpieleInnen Vielen Dank Und nun Viel Spaß mit der Runde Die 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 Runde Untertitelung des ZDF, 2020 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 vermissen sollte das liegt daran dass hier ein springer ist in meiner kampagne das heißt der charakter mora weyrand wird nicht in jeder session dabei sein sondern immer dann einspringen wenn irgendjemand mal nicht kann das ist ein bewährtes system was ich ja hier in den manchen streams schon ab und das passt auch ganz gut zu diesem zwielichtigen also etwas zwielichtigen charakter für der sich auch hin und wieder mal in die schatten zurückzieht und vielleicht nicht so im vordergrund stehen möchte warum das so ist weiß ich nicht ob wir das team erfahren werden oder auch nicht genau so ja wenn ihr noch wissen wollt was das mit den arcana karten auf sich hat wenn ihr später schaut auf youtube guckt mal unten in die beschreibung da habe ich ein paar links hinterlassen wo ihr euch die in anführungsstrichen regeln anschauen könnt das ist nicht schwer das sind eigentlich irgendwie karten mit beschreibungen drauf und die ersetzten quasi würfelwürfel das system setzt voraus dass spielerinnen und spielleiter zusammenarbeiten und gemeinsam eine geschichte erzählen das ist nichts für min maxing nichts nichts für dungeon crawl oder sonst irgendwas da wäre das system ziemlich langweilig aber um eine schöne geschichte zu erzählen ist das momentan das system meiner wahl so und wir versuchen uns noch ein bisschen zu sammeln und dann gehen wir in medias res quasi ich habe hier schon ein paar notizen gemacht hoffentlich pausiert jetzt nicht jeder den stream und guckt nach was passiert spoilert ja gut wir begeben uns nach aventurien in die östliche rabenmark mora weilrand sitzt am lagerfeuer schaut in die flammen leicht hin und wieder auf das stück fleisch was am äußersten ende des stockes angebracht ist was du mal was über das feuer gehalten wird schaust das fett an was in das feuer runter rinnt wenn stock entlang was genau das für ein richter ein tier war naja das hast du dem jäger überlassen der wird schon vernünftig was gejagt haben immerhin bezahlst du ihn ziemlich gut dafür dass er euch hier in dieser unwirklichen gegend auch ein bisschen was zu essen besorgen kann mit dir am feuer sitzt dieser jäger und schlägt seine zähne deutlich und schmatzend in eben ein solches fleischstück und während du noch ein bisschen skeptisch auf das brutzelnde stück fleisch über dem feuer schaust und ihn dann betrachtet wie er ist naja das wird wohl schon gut sein wenn der das macht neben euch beiden sitzen noch mehrere andere gestalten am feuer die deutlich euch beneidend anschauen denn sie haben kein fleisch reißen sich vielleicht ein paar kleine brotkrumen aus einem dünnen leib brot und schauen ein bisschen neidisch herüber zu euch aber das fleisch hat nur gelangt für zwei und außerdem sind das diejenigen die das vielleicht nicht bezahlt haben genau die abgeheifteten personen die dort sitzen in lumpen eingeschlagen teilweise gezeichnet durch wunden die noch nicht völlig verheilt sind oder wunden die naja keine richtige heilung erfahren haben vielleicht einer von diesen gestalten ein bruch der nicht vernünftig zusammengeheilt ist der hinkt schon die ganze zeit auf dem weg und behindert euch mehr als dass er hilft aber er hatte geld und deswegen hast du ihn mitgenommen es ist kalt das feuer spendet wärme aber hier oben im gebirge in der schwarzen sichel ist es nun mal kalt wenn man hoch klettert ihr seid den weg in empor gestiegen die seid sogar einmal an einem berghang balancierend an der seite entlang gekraxelt hier kommt kein fuhrwerk durch hier kommt kein pferd kein esel nichts durch nur einzelne personen schon gar kein heer oder so etwas könnte hier jemals eindringen aber für einzelne kleine personen gruppen reicht es und jedes mal wenn mora diesen weg durch das gebirge wählt wirkt dieser sims an dem ihr euch da entlang gekraxelt habt an der an der felswand immer dünner und kleiner und das wetter und ja eigentlich kann man es hier nur im winter richtig richtig benutzen weil es noch ein bisschen eis auf diesem sims ist und den ein bisschen breiter macht sich eisablagerungen bilden die man nutzen kann um darüber zu kraxeln und das macht das ganze aber nicht ungefährlicher und es sind schon so einige abgestürzt und mora kennt sich aber aus und der dich begleitende jäger auch der außerdem dafür bezahlt wird dass er sehr viel von dem gepäck trägt und ächzend hin und wieder einmal unwoll und worte von sich gibt und sagt beim nächsten mal wirst du mir mehr bezahlen müssen aber mora ist geschickt darin verhandlungen zu führen und wer weiß ob es überhaupt ein nächstes mal gibt eben müssen ja auch noch mal zurück und naja aber ihr habt diesen gefährlichen weg hinter euch gebracht sitzt jetzt in einer felsnische mehr auf im inneren der schwarzen sichel habt ein goblin lager umgangen mora weiß genau wo die goblins sind und selbst wenn die sich hierher trauen sollten du weißt welche glitzer dinge die brauchen damit sie schnell wieder abziehen meistens ignorieren sie euch aber auch schon wenn sie mora sehen weil ihr seid du kennst die goblins du sprichst vielleicht zu ihrer sprache und weißt wie man mit ihnen umzugehen hat alles hast du von deinem vater gelernt und ja sein handwerk weiter geführt er hat das schon früher gemacht leute hier durchs gebirge geführt ist eigentlich seit der krieg ausgebrochen ist ja habt ihr und aus dem aus den nöten der leute dass sie hier über das gebirge die die pfade suchen mussten profit geschlagen schon vorher hat dein vater handel getrieben aber damals war das noch nicht so lukrativ wie jetzt so sitzt du jetzt da betrachtest vielleicht diesen elenden gestalten mit einem zum zweit blink bloß nicht zu lange hinsehen denn was soll man sich mit dem leid anderer bis befassen das könnte nur auf der gesele lasten aber die gedanken kreisen trotzdem hier so im abklingenden tag die preiaus scheibe wählt sich gerade noch und versucht sich über dem horizont zu halten aber ja irgendwann wird sie wohl versinken und während auch du dann deine zähne in das fleisch schlägst kommt einer der flüchtlinge auf dich zu nicht einer der flüchtlinge auf dich zu kommt der der jäger auf dich zu setzt sich etwas näher und meint dann schmeckt gut oder ja kann man wohl essen was was ist das eigentlich willst du das wirklich wissen dann lieber doch nicht schmeckt gut genug seit die dämonen beschwörer hier waren es manches nicht mehr so wie es früher war aber man kann es und es war tot das ist wichtig wirklich tot ja was meinst du wie lange brauchen wir noch bis wir auf der anderen seite sind wenn das wetter so bleibt vielleicht knapp drei tage wenn das wetter schlechter wird vielleicht fünf und wenn ich mir den so angucke und ihr blick geht auf den der schon länger humpelt wenn das schlimmer wird wird dann noch mehr und wenn wir trödeln der ist eine laster typ wenn wir trödeln erregen wir aufmerksamkeit wir müssen gucken dass wir vorankommen wir sollten hier nur so lange wie möglich bei ihm ja er hat mich zugequatscht eben es war ziemlich anstrengend dass sie noch energie haben zu quatschen ja keine ahnung wollte mir unbedingt seine lebensgeschichte erzählen während wir gelaufen sind du bist hervorgelaufen ich war hinten und musste mir das ganze anhören solange sie noch reden haben sie noch hoffnung und dann gehen sie weiter hoffnung haben sie wahrscheinlich nur weil sie dich kennen na gut ich kenne einen weg und immer wenn es weitergeht bleibt die hoffnung der typ hat mir erzählt von seiner großmutter die ich sie zurückgelassen hat er hat auch hoffnung dass irgendwann er sie wieder sehen wird aber so ein quatsch wenn er einmal jetzt über diesen pass rüber ist kommt er garantiert nicht mehr wieder zurück wenn das überlebt und sich vielleicht irgendwo meinst du der kann das geld noch mal berappen um wieder zurück zu laufen ja weniger als ob sie drüben im westen ein besseres leben erwartet das hoffen viele ich weiß es nicht alles dasselbe überall irgendwelche adlige die einem den daumen aufdrücken richtig frei ist man nur hier oben im gebirge so viel besser ist das auch nicht ich mein ja überall gleich schlecht aber die hoffnung die hoffnung mit diesem wort blickt mora noch mal zurück auf das feuer und versinkt in einer tiefen erinnerung an früher aus dem feuer wird eine kleinere flamme die sich leicht absetzt und aus dem kantigen gebirge mit eis durchzogen wird eine warme hölzerne wohnstube nein keine wohnstube vielleicht eher eine gaststube und die flamme ist nun eine kerzenflamme die neben auf einer anrichte neben dem bett steht dem warmen gemütlichen bett in dem mora gerade sich eingekuschelt hat und herüber schaut zu der zu der anderen figur auf dem anderen bett auf der anderen seite des raums wo ihr vater sitzt noch nicht eingeschlagen in das laken seine füße baumeln noch herunter vom bett und er versucht sich seine schuhe neu zu schnüren ja ich beobachte ihn der tag war anstrengend ihr seid weit gereist mit eurem karren ihr wisst ganz genau der karren muss in der nächsten stadt wahrscheinlich oder spätestens in der übernächsten wieder verkauft werden es erregt einfach viel zu viel aufsehen wenn man immer mit demselben fuhrwerk durch die gegend hört mora kennt inzwischen schon die abläufe sie ist zwar noch sehr jung aber hat schon viel erlebt und viel gesehen und ihr vater tut macht auch keine anstalten hier irgendwelche geschichten zu erzählen sie zu schützen vor den eindrücken sondern lässt sich bewusst alles miterleben was ihr alles positive wie negative ja er belügt mich nicht sagt er immer ächzend stellt er dann die stiefel neu geschnürt neben das bett läuft zur wasschlüssel rüber tastet dann so ein bisschen an der tasche die neben der wasschlüssel steht der rucksack den er seit ihr losgefahren seid in altzoll in der hauptstadt der ostrabenmark ähm seit ihr dort losgefahren seid hat er diesen rucksack naja das ist das erste mal seit du dich erinnern kannst dass er etwas wie so einen kleinen schatz behandelt hat und das erste mal dass du dass er ausgewichen ist wenn du ihn danach gefragt hast und das erste mal dass ja dass du dass er gesagt hat guckst da nicht rein und auch jetzt wo er gerade an dem rucksack er nästelt da ein bisschen rum und zieht so die schlaufen auf und versucht sich zu wahrscheinlich so sieht es von der bewegung aus zu versichern dass das was da drin ist noch da ist es macht dann einen leichten erleichterten ton und zieht schnell die schnüre wieder zusammen und wäscht sich das gesicht pustet dann die kerze aus und und nacht boron möge uns ruhige träume schicken auch hier gute nacht du hast dann das feder lagen was eigentlich was geknauscht wird es ist wirklich gehoben hier federn feder bett ja mora kuschelt sich in die decke ein und genießt das in dem richtigen bett zu schlafen was nicht nicht immer selbstverständlich ist wenn man auf der reise ist viel unterwegs also richtiges bett zeug das ist richtiger luxus und das genießt sie sehr aber sie lässt den blick noch ein zwei mal auf die tasche schweifen und überlegt vielleicht wenn sie ein bisschen wach bleibt und ein bisschen so tut als würde sie schlafen und wartet und lauscht bis der der atem ihres vaters ein wenig regelmäßiger und schwerfälliger geht vielleicht wenn sie ganz leise ist könnte sie ja doch in die tasche gucken du bist gemutet schnell hörst du schnarch geräusche von deinem vater und ja er hat sein gesicht weggedreht von dir schläft mit dem gesicht zur wand deine augen haben sich schon an die dunkelheit des zimmers gewöhnt sie ist ganz eindeutig diese verlockende tasche jetzt oder nie ich warte noch ein zwei minuten und lausche ob sein atem wirklich regelmäßig geht und der so langsam einschläft und dann versuche ich das bett zeug zurück zu schlagen ohne ein mucks zu machen und leise auf die blanken füße tapsend dieser tasche entgegen zu schleichen und hoffe dass ich nicht zu laut bin und der schon tief und fest schläft ja leise und gewandt schleicht mora durch das zimmer am bett ihres vaters vorbei zu der waschschüssel herüber zu der anrichte wo auch der rucksack liegt der rucksack ist fest zugeschnürt und versichert sich noch einmal dass er keine geräusche macht bevor du groß an der kordel ziehst und du solltest es schaffen den die kordel aufzuziehen lautlos und den rucksack zu öffnen dann gucke ich mal rein was ich was ich sehe und ob ich da was sehe was ich nicht kenne denn der hand tastet sich vor in das innere des rucksacks und ertastet leder ein bündel in leder eingeschlagen dann ziehe ich das mal so aus der tasche raus es ist ein kleines bündel ungefähr handgroß vielleicht ein bisschen größer als deine hand riecht dann auffällig nach frischem leder und es ist gefärbt das leder ist gefärbt in hat bläuliche streifen mit einem scheuen blick über die schulter um mich noch mal zu versichern dass er noch schläft fange ich an daran zu nästeln und es aufzuschlagen ja er schläft noch und als du das leder bündel aufschlägst kommen papierseiten zum vorschein das ist ein eine papier sammlung eine leicht eine art buch Mist das ist so dunkel vielleicht wenn ich ein bisschen ans fenster gehe und noch den den restlichen scheinen vielleicht das mond ist auch noch abbekomme vielleicht kann ich dann erkennen was das ist warum es so wichtig ist ja das madermal steht hoch am himmel und scheint ist zwar nicht voll aber es scheint kräftig heute nacht und der wolkenlose himmel lässt es auch zu dass das licht auf die seiten schlägt vielleicht ist väterchen fecks auf deiner seite und belohnt dass du so heimlich still und leise durch das zimmer geschlichen bist und nun betrachten kannst was auf diesen seiten geschrieben steht schnell bemerkst du dass diese schrift ganz eigenartig aussieht da kennst eher zeichen als erstes als statt die schrift selber einziffern zu können und vor allen dingen das prominente zeichen auf jeder einzelnen seite eine schlange sie wird tatsächlich anfangen darin zu blättern und vielleicht auch ein wenig darin zu lesen einfach um herauszufinden warum das so gefährlich ist gefährlich kommt es dir überhaupt nicht vor es ist eine lose blättersammlung eingeschlagen in leder warum dein vater jetzt so ein breiterum macht na gut es ist mit dem zeichen der schlange versehen es könnte für alles mögliche stehen war bestimmt teuer das ist das erste was sieht wahrscheinlich denkt die schrift sieht wirklich sehr teuer und schnörkelig aus mit ein bisschen übung kannst du also mit ein bisschen zeit kannst du auch die einzelnen handschriftlich geschriebenen buchstaben dann auch entziffern es ist tatsächlich in einer relativ schnörkelig aber gleichzeitig kommen diese schnörkel aus einer losen handschrift jemand der etwas schnell geschrieben hat aber in der schrift wahrscheinlich so bewandert war dass er halt gewohnt war schnörkel an die schriftzeichen zu setzen vielleicht ein schreiber wirklich und du liest tatsächlich kurze abhandlungen über die herren hessinde über die göttin von weisheit von kunst von wissen und magie und blätterst weiter durch und auf den letzten seiten findest du dann gebete und erklärungen zu den gebeten eine art totenritus der hessinde kirche und eine beschreibung wie die seelen der verstorbenen bei der herren ankommen und in welchem wissens durst sich die seelen auf auf einen ja auf eine erklärung des eheländischen irdischen in alvaran einstellen können interessant ich glaube da wird sie drin versinken in diesen zeilen und phrasen die sie da liest und ja lautlos quasi mit den lippen formen die einzelnen wörter nachvollziehen und da ein weilchen so verbringen am fenster mit dem mondschein und wenn sich ihr vater regen sollte wahrscheinlich hektisch die schriften wieder verstaunt und sie versucht es so aussehen zu lassen als wäre es als wäre es nie berührt worden sie merkt sich solche details wie dinge liegen und wie es eingeschlagen war du bist wieder mute dann soll dir das auch gelingen und irgendwann wird sich dein vater tatsächlich regen und du musst das buch tatsächlich wieder einschlagen und zurücklegen und es lässt dir aber keine ruhe irgendwie die die gerade die gebete auf den letzten seiten schießen mora immer wieder durch durch den kopf und auch die thematik mit den seelen der verstorbenen lässt sie nicht los erst recht nicht als weil du eben am fenster ebenso unten auf den straßen mal wieder eine verstörende szene beobachten konntest die hier in der ostrabenmark relativ normal ist denn draußen gehen gestalten durch die schatten und zwar keine menschlichen oder vielleicht waren sie mal menschlich dieses stöhnen der zombis und das klappern von knochen von erwackten skeletten gehört in die ostrabenmark in die städte und dörfer jedenfalls wenn nekromanten mal wieder zu vor ort vor ort sind und ihre experimente des nachts furcht führen was bei einer wolkenlosen mondnacht des öfteren vorkommt und die gestalt mit der schwarzen kapuze die offen auf dem marktplatz vor der schenke in der ihr untergekommen seid steht und ihren zauberstab schwingt naja erklärt warum die skelette und ihr klippern unten in der gasse so laut zu hören sind ja wahrscheinlich wirft mora nur ein zwei blicke in den in den hof und auf die straßen und seufzt ein wenig aber so verstörend es vielleicht auch ist so ja so normal ist es vielleicht auch manchmal geworden es ist nicht das erste mal dass sie so etwas sieht und sie weiß auch dass es nicht das letzte mal ist dass sie so etwas sehen wird und ja sie sie betrachtet diesen nekromanten und auch den ein oder anderen untoten der durch die gassen schlurft und fragen kommen auf aber fragen nicht für diese nacht der restliche die restliche nacht ist unruhig die fragen die mora durch den kopf gehen die gebete die sie versucht sich versucht hat sich einzuprägen die sie im einschlafprozess weiter begleiten damit sie sie ja nicht morgen wieder vergessen hat begleiten eben den prozess des einschlafens du wühlst sich fest in diese federbett in dieses wohlige federbett ein es ist warm unter dem unter der decke und dennoch ja wühlst du und schlägst die decke zur seite und wieder ober dich und wieder zur seite und knausch das kissen unter den unter den kopf unter den nacken und wieder zurück und an die seite und drehst dich von rechts nach links zur wand und wieder zu deinem vater und richtigen schlaf findest du kaum bis vielleicht naja ein zwei stunden kerzen bevor die prajus scheibe dann wirklich sich über den horizont schiebt und die ersten harnenschräll schon durch das dorf gehen ja unglaublich schlecht geschlafen hast du traumlos wie so oft in der ostrabenmarkt ja ich glaube sie sie würde abwarten bis sich bis sich eine gelegenheit ergibt unter vier augen ihrem vater mal ein paar fragen zu stellen vielleicht vielleicht würde sie sogar ein einen tag warten damit er nicht auf auf die vermutung kommt dass sie in seine tasche geguckt hat weil aber irgendwie so richtig abwarten mit ihren fragen will sie auch nicht ja die stunde der zweisamkeit kommt relativ schnell weil ihr verlasst das dorf dann doch nach dem frühstück recht zügig mora erkennt wenn sie auf den platz nach draußen tritt noch die überreste des gestrigen ja zombie tanzes auf dem auf dem auf den straßen denn die überreste der toten die dann ja deren tod dann wie doch wieder eingetreten ist weil der beschwörer sie nichts mehr gebrauchen konnte liegen die toten einfach so über dem dorf am dorfbrunnen niemand scheint das groß zu stören der nächste nekromant kommt bestimmt und dann sind sie wieder weg das ist gehört zum alltag hier in diesem dorf zumindest und ihr verlasst das dorf aber auf eurem fuhrwerk auf eurem karren relativ schnell und dein vater schlägt aber einen eigenartigen weg ein ihr seid den weg zwischen den dörfern kennt war und mora inzwischen schon aber dein vater scheint einen umweg zu fahren diesmal er verlässt das dorf richtung norden anstatt richtung westen ich nehme das erstmal zur kenntnis und blicke mich ein wenig um und wenn ich mich wirklich versichert habe weil sie ist zwar jung aber sie kennt den weg dann doch schon ganz gut sie ist schon mehrmals mitgefahren und wenn sie sicher ist dass er tatsächlich einen anderen weg nimmt Papa ist das nicht ist das nicht der falsche Weg gut und aufmerksam beobachtet mein Kind aber nein wir sind richtig ich habe noch eine naja eine Besorgung zu erledigen oder beziehungsweise etwas abzugeben was denn wir müssen einen Brief abgeben ja Mora überlegt Briefe ihr habt keinen Brief was hier gerade transportiert sind Fälle aber keine Briefe aber ich dachte die die Post haben wir in den in den Dörfern schon abgegeben es waren doch nur zwei ich erzähle es dir später wenn wir Rast machen in der Nacht war wieder ich glaube ich habe ich habe jemanden gesehen in der Nacht auf den Straßen jemand bist du wach bist du nicht gut geschlafen nur kurz ich dachte ich dachte es sind kämpfende Hunde auf der Straße aber da war jemand der hat der hat die Toten erweckt und und weißt du ich habe mich gefragt wenn jemand die Toten erweckt können ihre Seelen dann überhaupt ruhen das ist nun eine Frage für einen Vertreter der Götter aber nicht für mich oder oder soll ich das wissen ob was mit Seelen passiert naja ich meine also normalerweise gehen die Toten doch zu Bohren oder zu Hesinde ich meine wenn der Körper nicht tot bleibt dann aber die Seele fort ist ich frage mich ob sie dann überhaupt Frieden finden können in diesen Zeiten wie jetzt ist das durchaus eine schwierige Frage glaube ich ja ich habe mal gelernt von meinen Eltern Großeltern dass nun wenn man ein ordentliches Leben geführt hat hat dass Göttern gefällt dass unsere Seelen nach unserem Tod nach Alvaran einziehen und von den Göttern in Empfang genommen werden naja zu denen man hin möchte und Väterchen Boron ist dafür zuständig mit seinem mit seinem Raben dass wir den Weg auch finden aber können aber können wir den Weg finden oder wenn unsere Körper nicht ruhen das weiß ich nicht und was passiert wenn die Seelen den Weg nicht finden und nicht nach Alter rankommen Nun ich denke einige dieser Menschen die wir hier getroffen haben diese Anbeter der dunklen Mutter vielleicht fährt die Seele dann zu ihr zur dunklen Mutter ist das besser das weiß ich nicht also ich weiß nicht ich glaube wenn ich tot wäre würde ich nicht wollen und dass mein Körper weiter wandelt das macht mir Angst ich würde das auch nicht wollen wenn ich mal ableben sollte musst du mich verbrennen ja ich glaube das ist der einzige Weg vielleicht holen diese Nekromanten auch die Seelen zurück von da wo sie Ruhe fanden und zwängen sie wieder zurück in den Körper so dass die Körper sich bewegen können ich wüsste nicht wie das sonst funktionieren sollte aber ich habe davon auch keine Ahnung sie holen die Seelen aus alveran zurück aber das kann doch keine der Zwölfe wollen ich denke die Zwölfe wollten auch nicht dass dieser Landstrich hier mit Krieg überzogen wird Zumindest kann ich mir das nicht vorstellen Wenn du recht hast mit dem was du immer über die Zwölfe erzählst dann dann bestimmt nicht ich kenne noch eine Zeit wo das der Landstrich hier naja etwas schöner war noch nicht gezeichnet von dem was schaut sich so um ob irgendjemand noch irgendwie euch auf dem Weg begegnet dem der Dämonenmeister hier durchgezogen ist ich weiß seine diese Lehre die sie verbreiten über ihn als ist naja sie klingt sehr gut sie klingt danach dass die Zwölfe uns nur unterjocht haben und uns das wegnehmen was Freiheit bedeutet selbst entscheiden zu können und unser Leben in einen ja in einen Pfad zwängen wollen den wir nicht verlassen dürfen können und er verspricht Freiheit aber ich bin mir da nicht so sicher denn Freiheit bedeutet dass jeder meinen Leichnam wieder erhoben geheben kann nur weil er es kann und dass dieser Landstrich verheert wurde nur weil der Dämonenmeister die Fähigkeiten dafür besaß nur weil er einen Groll hegte gegen das was in Garret passiert nur weil sie nicht einsichtig waren ich weiß nicht wenn das Freiheit bedeutet dann bin ich lieber Knecht ja 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 Moran nickt und lehnt sich nachdenklich zurück nein ich denke ich fände es besser wenn die Toten tot blieben ich auch alles andere ist irgendwie Väterchen Boron hat es wirklich so eingerichtet dass wir nur eine bestimmte Zeit auf Dere wandeln wo kommen wir dahin wenn unser Leben ewig wählen würde nein vor allen Dingen vor allen Dingen wenn unsere Seele niemals Frieden finden würde nein irgendwie ich weiß nicht wie das wie sie das machen mir wurde schon oft angeboten von den Anhängern Borberats sich mir an ihn anzuschließen und die Wege von Mardas Gabe zu lernen aber nein man kann sie ziemlich einfach damit abwiegeln dass man selber frei entscheidet es nicht zu tun ja der freie wille so jetzt machen wir einen kurzen rast hier ich muss noch was vorbereiten für diesen besuch oh ja und äh Mora bindet das das Pferd an und striegelt striegelt es ein wenig gibt ihm ein bisschen Wasser aber lässt die Augen nicht von ihrem Vater weil irgendwie nimmst nicht merkwürdig währenddessen kannst du beobachten wie dein Vater ein Pergament Papier herausnimmt und einen Kohlestift und ein paar Zeilen auf das Pergament drauf schreibt hm ok wenn du näher kommst kannst du ein bisschen über seine Schulter schauen er lässt das auch durchaus zu er schreibt liebe Worte an irgendjemanden den du nicht kennst an eine Frau deren Namen du noch nie gehört hast und wer das sein soll ist dir schleierhaft und alles ist adressiert an Ismeralda und die kennst du nun wirklich nicht und dann unterschreibt er auch noch mit deinem Maren und wahrscheinlich den den Namen Maren flüstert sie so halblaut mit als sie das liest was wie ah und in dem Augenblick faltet er den Brief zusammen und steckt den steckt den weg wer ist Maren sei nicht immer so neugierig das hab ich von dir das sagst du selbst immer Maren ist eine Bekannte von mir warum schreibst du Namen in ihrem Brief in ihrem Namen weil sie tot ist oh und wir beide besuchen ihre Schwester jetzt gleich und geben ihr diesen Brief und sie wird uns dafür ordentlich Münzen geben weil sie den Brief erwartet von ihrer toten Schwester sie weiß nicht dass sie tot ist das weiß nur ich sie denkt sie fröhliches Leben und hat einen anderen Witwer gefunden und die beiden sind glücklich und Rosenduft und alles ist toll und schillernden Farben du erzählst ihr also Märchen ja und das glaubt sie dir was hat sie für ein Grund es nicht zu glauben sie ist alt und gebrechlich sie wird nicht mehr nach alt voll reisen können die Briefe von ihrer Schwester sind das einzige was ihr noch ein bisschen fröhlich stimmt hier in diesen dunklen Zeiten solltest das lächeln sehen was sie gleich kriegt wenn wir ihr den Brief kriegen und sie lest sie wird dann sehr heiter und spendierfreudig und das können wir auf unserem Weg ganz gut gebrauchen Mora rollt ein bisschen mit den Augen na gut da sind bestimmt 20 Münzen für uns drin das sind mindestens zwei Tage hochwertiges Essen für das Pferd na gut dann ist das ein verdammt teurer Brief ja für die Frau schon für uns Mora wartet erstmal ab und beobachtet das Geschehen so richtig kann sie nicht glauben dass jemand für ein paar liebe Grußworte so viel Geld zahlen würde Ja ihr fahrt mit dem mit dem Fuhrwerk tatsächlich irgendwie zu seinem relativ einzeln stehen also nicht wirklich allein stehenden aber wirklich ein bisschen abgelegenen Hof es sind noch ein paar andere Häuser darum herum gebaut und auf der Veranda von dem großen Gutshaus was dort steht sitzt tatsächlich in einem Schaukelstuhl eine altere Dame man bemerkt aber auch dass dieser Hof lange nicht mehr bewirtschaftet wird also man hört kein Vieh und auch die Felder und Ländereien durch die ihr durchquert habt also man kann noch sehen dass es Zäune gibt die sind teilweise ziemlich marode und nicht gepflegt und aber ja die Felder sind karg und dürr da wächst kein Grashalm mehr groß drauf aber das ist auch nicht verwunderlich so und das geht vielen Höfen hier so aber ihr kommt dann in dem Haus an das Haus sieht noch relativ gut aus und ja die Frau in ehemals vielleicht hoch also edleren klamotten gekleidet die haben wohl früher mal viel geld gekostet aber sind wirklich in die jahre gekommen man sieht viele stopfstellen und ja risse die genäht wurden und aber sie trägt es mit ja als ob das die neueste Avena Mode wäre oder die neueste orasische Mode auch einen großen ausladenden Hut und versucht sich dann aus dem Schaukelstuhl zu erheben und legt ihre Pfeife die sie geraucht hat in die Seite und man merkt ihr aber an der Bewegung an dass sie durchaus Probleme hat mit den Bewegen ja ich folge meinem Vater auf Schritt und Tritt und ich weiß dass ich mich meistens ein wenig erst mal zurückhalten muss und er ist manchmal kann er so ein kleiner Chameur sein das ist einfach sein geschäftsmäßiges können die alte Frau stützt sich auf einen Stab auf und versucht die Treppen herunter zu kommen euch entgegen zu laufen und dein Vater breitet schon so die Arme aus während er das Pferd so am Zügel führt vorne Ismeralda wie schön dass ich dich auch mal wieder sehe ich habe frohe Kunde mitgebracht von deiner Schwester aus Altzoll und dann hast du diese quäkige alte Stimme von jetzt kannst du irgendwie durch den Schatten des Hutes auch ins Gesicht der alten Dame schauen also wenn du es nicht besser wüsstest dann wäre an dieser Frau einer das ist das Klischee Bild einer Hexe mit dem großen langen angehakten nach unten gebogenen Nase dem übertrieben geschminkten Gesicht und schwarzen stechenden Augen und wie sie sich an den Stab krallt wenn sie gleich zwischen die Schenkel klemmt und abhebt dann weiß Mora Bescheid dann haben wir sehr frischer Tat ertappt nein sie schaut sich diese Szene an dieser überschwänglichen Begrüßung und muss dann doch wirklich schmunzeln weil ihr Vater hatte mit dem ersten bis zum letzten Wort recht die alte Dame freut sich anscheinend unglaublich über diese Nachrichten und ja sie beobachtet fleißig dass wenn dieser Brief wirklich so viele Münzen wert ist und dieser Frau so viel Freude macht interessantes Geschäftsmodell sagen wir mal so bittet euch herein und tischt euch Tee auf und einen ganz kargen Kuchen der eher so ein Obstblech ist irgendwie so ein Obstboden ist und gar kein richtiger Kuchen auch der Teig schmeckt sehr lasch und laff aber wahrscheinlich ist es das einzige was man hier so noch großartig kriegt die Früchte die da drauf sind wahrscheinlich mal sollen wahrscheinlich Äpfel sein aber sie schmecken auch schon ein bisschen mehlig es ist ja es schmeckt nicht sonderlich gut aber dein Vater isst das ganze Stück auf und fordert sogar noch einen Nachschlag und erzählt groß wie schön Altzoll doch ist und was für eine tolle und goldene Stadt das geworden ist und wie gut es ihrer Schwester geht und überreicht dann mit großem Tamtam und vielen Worten und dann den Brief den die Frau schnell versucht mit den alten knochigen Fingern irgendwie aufzudröseln und aufzuknicken und dann irgendwie riecht sie erst das ist das Parfüm meiner Schwester ja ich erkenne es und liest dann irgendwie und kriegt dann leichte Tränen in die Augen Also Mora würde aus Höflichkeit versuchen dieses Stückchen Kuchen runter zu zwängen vielleicht aber keinen Nachschlag verlangen und hält sich eher kleinlaut zurück und ist dann tatsächlich überrascht weil naja so 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 erflunkerter Brief hin und her aber anscheinend scheint das ja was zu machen und die die alte Vettel freut sich richtig und irgendwie es ist so selten dass man erstmal jemanden sieht in diesen Zeiten der sich so überschwänglich freut und sei es auch nur über eine schön ausgeschmückte Lüge aber sie freut sich von Herzen und irgendwie das sieht man so selten das berührt Mora tatsächlich und naja Lüge hin oder her aber ihre Freude ist die ist aufrichtig die Freude und irgendwie ja vielleicht braucht es manchmal Lügen Dein Vater nutzt die Gunst der Stunde und die Tränen überströmte Frau die Stimmung der Tränen überströmten Frau gerade aus und setzt nach und sagt ja das nächste mal wenn wir vorbeikommen kann ich auch ja sie hat ein kleid bestellt für dich irgendwie das damit ihr nicht naja die neueste mode aus Altshol auch anziehen könnt hier das nächste Mal wenn ich vorbeikomme aber na gut es ist immer ein Umweg und wir müssen das Pferd ja auch versorgen aber ich schau mal ob ich es irgendwie hinkriege das noch irgendwie hinzukriegen das wird einiges kosten aber ich naja ich bringe auch sonst immer die Briefe vorbei es ist zwar ihr seid echt abgelegen hier draußen und dann schaut die alte Dame so ein bisschen bedrückend rein ja es ist echt beschwerlich aber das ist der Hof unserer Urgroßeltern schon gewesen als meine Schwester damals nach Altshol gezogen ist mit diesem Mann habe ich meinem Vater geschworen dass ich den Hof niemals aufgeben werde niemals ich werde hier niemals weg ziehen nein nein auf keinen Fall hier können noch so viele Drachenritter oder irgendwelche anderen Ungetüme kommen nur über meine Leiche kriegen sie meinen Hof ja das ist echt ja das ist aufrecht aber ich glaube auch hier in diesem abgelegenen Stückchen Fleck Erde wird auch kein Drachenritter sich hin verirren ich glaube da seid ihr sicher Papa den Umweg das das schaffen wir doch ich meine ja gerade so es ist noch ein zwei Rationen fürs Pferd mehr und dann dann können wir auch diesen Umweg gehen für dich Ismaralda machen wir das ganz gerne also uns macht das nicht viel aus dem Pferd macht das auch das arme Pferd ja das arme Pferd ja wie viel kostet eigentlich so eine Ration für sein Pferd heutzutage ach ja das ist ja die Preise steigen steigen es ist der Hafer ist im Moment ziemlich teuer habe ich gesehen nein wirklich die Preise in Altsäul die Ernte war nicht so gut also nicht so gut wie letztes Jahr schon gut also Altsäul geht es gut aber der Hafer ist schon ein wenig teurer geworden für die Pferde und ich habe von sowas ja keine Ahnung mehr seit ich das Vieh alles verkauft habe ne also naja ich habe ja immer noch das Erbe das ist es geht zwar langsam etwas zur Neige aber für euch und eurer Pferd kriege ich auf jeden Fall hier also die 20 Münzen die kriege ich hier immer aber für die Pferde hier nochmal extra 10 Münzen dein Vater guckt sie so nimmt die so großzügig danke möge Fex mit euch sein Ismeralda ja natürlich und die anderen zwölfe auch die letzte Trutzburg des zwölf göttlichen Glaubens meine kleine Rentsch hier naja wenn man so rausguckt etwas erbärmlich aber naja vielleicht ist deine Tochter ja wenn sie dann mal einen Mann hat oder so vielleicht und ich dann versterben sollte vielleicht möchtest du einen Hof haben und dein Vater guckt so irgendjemand muss ihn ja bewirtschaften wenn ich mal nicht mehr bin ich meine das wäre natürlich meine Schwester kommt ja nicht aus Altzoll sie will ja da wohnen bleiben mit ihrem neuen Mann und sie wirkte sehr glücklich mit ihrem neuen Mann also das ist ein aber sie hat keine Kinder habe ich gelesen hier stets kann keine Kinder das ist sehr traurig ja ich meine das ist nun gut das Stadtleben das ist ja so 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 Egon und dich kenne ihr also dich kenne ich glaubt also wir reden jetzt besser nicht über deinen Tod Ismaralda ich würde auch noch hier nochmal zehn Münzen dazugeben falls wir das Geschäft abschließen können nein 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 also vielleicht beim nächsten mal reden wir vielleicht nochmal aber wir sind Händler und keine Bauern das ist tragisch dabei habe ich so viel gutes Land mora erinnert sich wie karg das da draußen war und abgestanden ja also das sieht sehr fruchtbar aus ja flachs kann man bestimmte anbauen oder anderes was man teuer verkaufen kann sicher und der fluss der kleine fluss der kleine bach wässert automatisch die felder mora hat noch so ein trockenes flussbett gesehen so ein rinnser ja nicht noch nicht mal nur das flussbett nicht mal perfekte lage und sie versucht sich aus dem gespräch zu ziehen und noch den letzten krümel des trockenen kuchens zu essen ja das sagt der der müller von dem nachbardorf auch immer wenn er mir Sachen herbringt aber dem gebe ich das nicht der ist anhänger von diesem dieser diesem weibs bild der erzählt er hat ein blutopfer gemacht damit er mehr weizen kriegt blutopfer könnt ihr euch das vorstellen was ist als nächstes blutopfer und dann opfern sie menschen oder so ist das schon soweit ich glaube nicht dass man so weit gehen würde schon menschen zu opfern und dein vater wirft dir irgendwie vielsagende blicke zu und mora weiß worauf er anspielt nein also macht euch da keine sorgen so eure väter sehen doch gut aus ich habe ihm gesagt glaub an mütterchen perreine und dann läuft das läuft das schon mit dem ganzen weizen und so aber er weigert sich ich habe ihm da hier so ein büchlein mit gegeben da soll er drinnen rum lesen die alten perreine gebete die ich habe dieses kleine büchlein was man uns immer gegeben hat früher in der schule ja habe ich mitgegeben damit er was vernünftiges lest und nicht immer diesen schund ich weiß gar nicht ob er überhaupt lesen kann das hätte ich vielleicht vorher fragen sollen lernen die jungen menschen heute noch lesen kannst du lesen kleines ja kann ich natürlich kannst du lesen also dein Vater ist ja auch ein Anhänger der Zwölfe natürlich kann das natürlich und Moa denkt nochmal an dieses Buch was er gesehen hat sie hat sie hat noch nie jemanden gesehen wie er solche Bücher gelesen hätte also weder hier noch noch in den ganzen Städten wo sie hergekommen ist ja dein Vater zieht sie dann zur Seite und flüstert dann zu ihr zu aber so dass du es hören kannst ganz meiner Tochter bitte keine schlechten Gedanken ein Mann jetzt in die Stadt geht und offen mit Parallel Zeug herumläuft du weißt ganz genau was dann passiert nein das weiß ich nicht ja gut ich weiß es aber es ist mir egal und sie wirft ihrem Vater nochmal so einen Blick zu und der alten Schachtel nochmal so einen Blick zu was würde dann passieren wenn man jemanden mit so einem Buch erwischen würde kommt drauf an wer ihn erwischt aber ich denke mindestens Kaka wenn nicht schlimmeres vielleicht zwingt man ihn dann auch an irgendwie eine Götzendienst zu leisten oder so ich habe schon mal gehört dass die die erstgeborenen dann weg nehmen ach das sind doch nur Märchen oder ich weiß nicht ich komme nicht mehr in die Stadt das kann nicht aber ich will auch keinen der mir hier mein Mehl liefert und der an die dunkle Mutter glaubt das geht hier gar nicht also deswegen habe ich ihm das kleine Büchlein ja auch mitgegeben und jetzt wirft wirft Mora ganz offen einen fragenden Blick zu ihrem Vater man darf sich halt nicht erwischen lassen meinte kerker oder schlimmeres oder schlimmeres und sie blickt ziemlich vorwurfsvoll ihrem Vater entgegen aber gut sie hat da wenig mitzureden nun Ismeralda der Kuchen war vorzüglich wenn du mir noch ein Stück davon einpacken würdest dann nehme ich den auch gerne mit aber naja du wohnst so weit abseits dass wir schnell wieder los müssen ja natürlich Kuchen könnt ihr gerne noch ein Stück haben ich schlage es hier in dieses ich habe jetzt leider nichts wo ich es einschlagen könnte aber warte mal ich habe noch ein altes Kleid das könnte man da rumwickeln naja dann lass schon dann ist okay dann isst du es selber das ist das ist die Mühe nicht wert er war vorzüglich der Kuchen vielen herzlichen dank sehr lecker die Pferde werden deine zehn Münzen auch sicher wir wir sorgen uns gut um sie das will ich aber auch hoffen es sind ein paar schöne Tiere die ihr da habt nur die kräftigsten ja nun dann Ismeralda bis zum nächsten Mal dann bringe ich dir das Kleid mit und also wir sehen uns wieder möge die zwölfe euch gleiten und beschützen vielleicht bringst du beim nächsten Mal auch Mehl mit dann brauche ich den Müller nicht mehr ach so oft komme ich hier auch nicht wieder vorbei Mora macht ein kleines Büchlein auf Mehl und dann macht ihr euch wieder auf den Weg und seid dann wieder zu zweit auf dem Karren und dein Vater wenn er um die in ein kleines Wäldchen abbiegt und aus der Sichtweite des Hofes seid macht er einen kurzen wenn sie nicht so alt wäre würde sie sich sicherlich heiraten wollen 30 Münzen 30 Münzen 30 Münzen dafür war der Kuchen noch gar nicht schlecht das ist halb so viel wie wir für die Ladung Fälle kriegen 30 Münzen für einen einfachen Brief verrückt verrückte Zeiten sie freut sich immer wenn wir vorkommen und naja sie wohnt hier so abgelegen mich wundert dass dieser Müller ihr trotzdem noch Zeug bringt naja vielleicht muss der nicht ihren Kuchen essen oder er kriegt auch jedes mal 30 Münzen aber solange aber solange aber solange ihr Erbe noch reicht und sie uns 30 Münzen geben kann werde ich das wohl machen es freut sie doch ich meine ich habe ihre Truhe gesehen wo sie die Münzen rausholt da ist noch genug drin für die nächsten Jahre ach ich vermute ja stark dass einer ihrer Verwandten ein Zwerg war unter den Schatz gehortet hat so viel Geld wie sie da hat ach ein Zwerg du erzählst schon wieder Märchen Papa er grinst ein Zwerg aber meinst du die Zeiten wo ich dir Märchen erzählen dürfte sind vorbei ich meine ich bin schon fast 12 ich glaube da bin ich viel zu alt dafür für Märchen du meinst doch schon du willst mich nicht belügen Märchen sind nicht gelogen mein kleines hinter jedem Märchen versteckt sich eine Wahrheit wirst du mir jetzt über das Buch erzählen welches Buch für das in das man wo man für in den Kerker geschmissen werden könnte das bereine Buch bereine oder vielleicht die Sinde guck dir ernst hast du in meine Tasche geguckt ja hab ich was hab ich dir gesagt was du nicht machen sollst in deine Tasche gucken was denkst du denn was ich tun würde was hast du dir dabei gedacht ich merke doch immer wenn du wenn du hast die Finger von der Tasche da ist kein Buch drin was ist wenn jemand herausfindet dass du es hast ich habe kein Buch dann hast du kein Buch ja der Rest des Weges zur nächsten Stadt ist dann relativ naja schweigsam und als ihr die nächste Stadt erreicht also das nächste Dorf erreicht ist ja fahrt ihr mit eurem Fuhrwerk durch allerlei Trubel die Dörfler sind alle zusammengelaufen auf dem Dorfplatz und auf einem kleinen Podest was dort aufgebaut ist seht ihr einen jungen Mann der ja in einem Pranger eingequetscht ist und gerade von einigen Kindern mit faulen Tomaten beschmissen wird ich ich gucke den den Jungen oder den den Mann an und versuche mal so ein bisschen aufzuschnappen oder zu hören äh in der Menge ruft dann sowas wie Frevler Leute spucken nach ihm und schmeißen Sachen und dann neben dem Podest steht dann ein dunkler robe gekleideter Mann der dann irgendwie so ein Buchlein hochhält und sagt das haben wir in seiner Tasche gefunden es ist ein abscheuliches Machwerk dieser Unterdrücker dieser zwölfgöttlichen Kirche und mein Blick geht wie ein Pistolenschuss zu meinem Vater der versucht wegzuschauen ich versuche ihm mit einem bohrenden Blick ihm diesen bohrenden Blick in den Nacken zu bohren und pass auf die Pferde auf ich muss kurz was abgeben schwingt sich von der Kutsche also vom Fuhrwerk ist ja keine Kutsche ich ich tue mir wie geheißen halt das Pferd fest und tätschelt das ein bisschen weil das wahrscheinlich auch ein bisschen unruhig wird wenn da so viel Tumult auf dem Platz ist sprich sprich du elender Frevler was hast du gesehen und was hast wie lange hast du dieses Schundwerk schon und dann siehst du wie er das Buch so vor sich hinschmeißt und das Buch dann irgendwie in der Luft zu schweben beginnt und er dann irgendwie so schaut es euch an dieses Frevelwerk und schaut euch an was die dunkle Mutter damit tut Igni Faxeus und aus seiner Veranstaltung bildet sich ein Flammenstrahl und verbrennt das Buch und der Mann Nein ich hab das ich hab das wirklich nicht gelesen gar nicht ich hab es ich hab es nur geschenkt bekommen ich wusste gar nicht was da drin steht Feig liebe liebe Leute liebe Leute zur selben Stunde übergeben wir seine Augen der dunklen Mutter damit er nie wieder solche Freveleien anschauen kann und die Menge johlt ja Frever Frevler und noch ein paar welke Salatbrocken auf ihn draufgeschmissen genieße die letzten Eindrücke und dann geht er so zu ihm hoch und zwickt ihm so mit so einem Faden und einem kleinen Ding so die Augen so also die Augen die da so hoch so dass er halt gucken muss und näht die halt an der Oma in der Augenbrau fest genieße was du siehst und Morat guckt in dem Moment weg aber bleibt an Ort und Stelle stehen und irgendwann ja zwingt sich ein wenig wieder nach nach oben zu blicken und diesen diesen armen Hund anzublicken und versucht einfach nur ja zu warten das Pferd ruhig zu halten und ihre ihre Gedanken rasen und eigentlich kann sie es kaum erwarten bis ihr Vater zurückkommt du bist immer gut du hast dann eine junge Stimme neben dir ungefähr aus in deinem Alter wahrscheinlich siehst du einen Jungen neben dir stehen mit so einem Rucksack so einer Kiepe auf dem Rücken wer schaut dich dann an müsste da wirklich hingucken guck lieber weg ich meine der arme Hund zuckt mit den Schultern kann man nichts machen jetzt soll er seine Augen verlieren weil er ein Buch besessen hat so will es so will es die dunkle Mutter mora verkneift sich jeden weiteren Kommentar beißt sich ein wenig auf die Zunge jemand wie du sollte da nicht hinschauen was meinst du damit jemand wie ich nun mustert den jungen Mann mal wendet sich jetzt von dem Mann am Pranger ab schaut mal wer ihr da stellt seine Kiepe so vor sich hin also lässt sie so von der Schulter runter und stellt die vor sich hin jetzt sieht mora dass er da so verschiedene bunte blumen drin hat dann greift er da ganz tief rein und zieht halt so eine Tulpe raus und drückt die so dir in die Hand oh danke jemand der so ist wie du sollte sich nicht mit sowas belasten und lächelt und jetzt sie schaut sich ein bisschen die Tulpe an und ja Blumen das ist so das ist so Luxus das ist so wer hat die Zeit in diesen Zeiten für so schöne für so schöne Blumen genau ja ich meine vielleicht hast du recht vielleicht sollte man da nicht so hingucken ich bin übrigens Ailo wie heißt du ich bin Mora hallo Ailo freut mich dich kennenzulernen Bora du verkaufst hier die Blumen richtig willst du noch eine kaufen die erste war umsonst gute Geschäftsidee und sie guckt sich so ein bisschen seine Auswahl an und wird tatsächlich noch ein paar kaufen und genau das hübsche Mädchen ist reich ach quatsch reich das ist ein bisschen Taschengeld Taschengeld dafür dass du mir vier Blumen abkaufen kannst so viel Taschengeld will ich auch mal kriegen tja jetzt hast du es und sie gibt dem so die paar Münzen die er dafür verlangt in die Hand die sind wirklich schön danke reiches Mädchen wo kriegt man hier diese Blumen ich meine ja da würde ich ja mein Geschäftsgeheimnis verraten na gut ein guter Händler lässt dich nicht die Karten spielen da bin ich ganz bei dir du gibst aber schnell auf und sie guckt sich nochmal die Blumen an ich meine die wird man hier nicht auf den Feldern finden nein vielleicht bräuchte man ein Gewächshaus dafür aber es darf auch nicht nach einem Gewächshaus aussehen soll ich dir zeigen wo die Blumen wachsen ich muss hier warten auf meinen Vater wer ist dein Vater ich kann nicht weg wer ist dein Vater mein Vater Egon wir sind Händler wir sind gerade erst in die Stadt gekommen ich hab ihn eben da hinten in das Haus gehen sehen er braucht bestimmt was länger dieses Gewächshaus ist auch nicht weit weg ich guck mal so ob ich das Pferd irgendwo anbinden kann ja okay ich bin es mal an aber wirklich nicht lang kostet noch kostet das reiche Mädchen hat doch bestimmt was wie wär's mit erstmal will ich sehen erstmal will ich was sehen ich meine den Vorschuss ich hab dir vier Blumen abgekauft richtig und ich wette du hast mir keinen Rabatt gegeben jedenfalls hab ich keinen verlangt also hast du schon gut an mir verdient das Gewächshaus naja überpreise können wir später verhandeln aber ich krieg was dafür okay kann man dir vertrauenreiches Mädchen natürlich hand drauf und sie schlägt ein er schüttelt sie deine hand und hält die vielleicht in so einen ticken zu lange fest und watschelt dann vor dir also tut die Kiepen wieder auf den Rücken und watschelt dann vor dir her so hinter das Haus wo der Pranger steht noch einige zwei Gassen weiter siehst du erstmal so ein dickes Blockhaus mit dicken Verstrebungen mit so Gitterstäben dran anscheinend das Gefängnis des Dorfes und ja ein bisschen weiter daneben schräg steht ein kleines Hofgebäude und da läuft der Dorf erst oft zu ja ich folge ein bisschen und betrachte die Blumen die halt wirklich schön ja voll und blühen sind und nicht so wie das Unkraut am Wegesrand was man sonst findet sie geht sie geht erst mal mit und schaut mal ja der das der Hof ist ja tatsächlich so eine Art Bauernhof und hinter dem Hof erstreckt sich so ein weites großes Kornfeld und der schaut sozusagen in deine Richtung guckt mir schnell guckt sich dann so um als auch keiner guckt ja sie sie huscht mit ihm rein lauft dann quer durch das Kornfeld und landet dann irgendwann in der Mitte von diesem riesigen Kornfeld und in der Mitte zwischen all dem Korn hat tatsächlich jemand Blumen angepflanzt unterschiedlich der Art mitten im Feld versteckt ja und sie sie streckt sich so und guckt über über die Ehren hinweg wie offensichtlich also das ist halt du bist ja noch jung und klein also von daher wird das wahrscheinlich schwierig über die Ehren hinweg zu schauen weil die Korn wächst ja sehr hoch ja sie weil du es so lang machst dann kommt er zu dir hin man kann nicht rüber gucken das ist ja Sinn der Sache hier mittendrin und das ist noch niemandem aufgefallen nein sind sie viel zu blöd für mein Papa hat die angelegt sie schaut sich über die ganzen bunten Blumen hinweg an die sind wirklich schön und die blühen ja wirklich alle passt schön hier hin sie streicht so mit der Hand über ein paar Blumen und schaut sich die an verrückt die blühen ja wirklich wie verrückt wirklich schön ja ich denke damit kannst du einen Vertreter verdienen jetzt kommen wir zur Bezahlung ist doch was wert der Anblick ja schon vielleicht was denn weiß nicht du machst die Preise und wir verhandeln dann noch ich könnte dir noch ein oder zwei Blumen abkaufen ich meine du hast schon vier ich glaube du brauchst nicht mehr was machst du überhaupt damit ich behalte sie vielleicht trockne ich sie und dann was soll ich denn mit Blumen machen man freut sich daran hm dann kommt noch mal so näher und nimmt dann halt einen du hast sie vielleicht ja noch in der Hand die Blumen die du gekauft hast nimmt dann eine davon und nimmt die so sacht aus deiner Hand raus und steckt dir dann die Blume so hinter das Ohr ins Haar das wäre gut für die Blume Mode von Welt wie so eine hohe Dame oder eine Krone aus Blumen eine Elfin dafür bin ich ein wenig klein oder du bist bestimmt noch groß mein Papa sagt ich wacke noch Quatsch und sie schlägt so das Haar hinter die Ohren siehst du hätte schwören können du bist eine Elfin warum sollte ich eine Elfin sein ja weil die alle so schön sind sag sowas nicht sie schubst ihn so ein bisschen schon gut wohnst du hier bei den Blumen also ich meine da hinten auf dem Bauernhof ja ich weiß nicht wie lange wir da noch wohnen bleiben aber sie haben ja schließlich das Gefängnis neben unser Haus gebaut das ist nicht so angenehm eigentlich wollten sie es hier auf das Feld bauen aber mein Vater hat naja den Leuten dem Bürgermeister viel Geld dafür bezahlt ja aber die haben dafür den Kletterbaum weggemacht auch Mano ja vielleicht sehen wir uns ja morgen ich meine ich glaube mein Papa wollte noch hierbleiben noch länger in der Stadt aber nicht zu dem zu dem Ereignis Mittagsgehen meinst du wirklich sie nehmen sie nehmen dem armen Hund die Augen weg mhm oh man und äh sie nimmt die Hand des Jungen und drückt sie einfach so ich kenn den das ist der Müller ist der Papa von meinem besten Freund oh man ich weiß auch nicht warum der so ein komisches Buch bei sich hatte sie verkneift sich da irgendwas zu erklären zu wollen naja das ist gefährlich ja kann man nichts machen ich glaube ich muss zurück schon weiß nicht aber morgen kommst du wieder okay morgen vielleicht wenn ich meinen Papa frage dann kriege ich ein bisschen mehr Zeit gut wenn du morgen wiederkommst dann weißt du dann warten wir das Spektakel gar nicht ab sondern während die das machen gehen wir wie wäre es wenn wir schwimmen gehen ja oder ich kann dir das klingt gut oder ich zeig dir mal hast du schon mal mit einer Schleuder geschossen nein sowas dürfen wir nicht ich hab eine geschenkt bekommen von meinem Papa ich kann richtig gut schießen und da können wir das morgen üben zeig sie holt aus ihrer Tasche eine Schleuder raus und die ist richtig gut gewickelt und sieht sehr stabil aus Moment ich ich zeig dir das und sie nimmt aus ihrer Hosentasche so so kleine Kiesel raus klein und rund und schaut sich ein bisschen um und siehst du den morschen Ass da hinten am Baum den treff ich niemals der ist voll weit weg na klar und sie legt dieses Steinchen in die Schleuder guck mal und fixiert zieht und lässt los und trifft den morschen Ass der dann zum Boden runterfällt siehst du ich bin richtig gut das schöne Mädchen kann ja noch viel mehr als ich dachte natürlich du bist doch eine Elfin nenn mich nicht so und sie schubst ihn wieder warum nicht du bist blöd nenn mich nicht so okay Elfin morgen um die gleiche Zeit okay und dann wirst du was erleben ich bin Meisterschütze und ich erzähle allen dass ich eine Elfin getroffen habe selber und sie steckt die Schleuder ein und rennt aus dem Feld hinaus läufst zurück dein Vater wartet schon am Fuhrwerk hat aber den Rucksack nicht mehr dabei ich schleiche mich schnell an das Pferd also wäre ich niemals weg gewesen wo kommst du denn her junge Dame ich habe jemanden kennengelernt so so aber Papa und sie guckt zum Mann am Pranger ja der wimmernd da irgendwie wenn er auf dem Pranger steht mittlerweile hat sich die Menge aufgelöst und nur noch so ein paar einzelne Leute laufen an ihm vorbei beachten ihn aber gar nicht und sie schaut zu ihrem Vater und will wissen wie er reagiert er schaut so betroffen und leicht so verbitternd und hat die Augen so halb zusammengekniffen ein ernster Blick geht so wandert zwischen dem Mann und den Wachen die an dem Pranger am Boden am Pranger stehen hin und her eine Schande und sie reicht die Zügel des Pferdes ihrem Vater und tritt ziemlich nah an ihn ran und flüstert ihm so er soll seine Augen dafür verlieren dass er so ein Buch hatte das habe ich auch gehört und sie schaut noch mal ziemlich bedrückt auf den Mann seine Augen ja komm mit Kleiner wo hast du überhaupt diese komische Blume da in deinem Haar die sieht schön aus ist ein Versteck ein ein gutes Geschäftsmodell könnte man sich abgucken Geschäftsmodell hast du das gekauft nicht die nur die und sie zeigt auf die anderen drei die war ein Geschenk ich hoffe die waren nicht zu teuer nein ich habe gut verhandelt belügt sie ich bin sicher ja ja dann geht ihr in so eine Taverne rein die auf einer Nähe von einem Dorfplatz ist und bezieht wieder ein Zimmer und dein Vater wird sich aber irgendwie schnell wieder verabschieden und irgendwie geht in das Zimmer euch gegenüber wo irgendwie zwei andere Männer irgendwie sitzen und dann hörst du dann schlagen sie die Tür zu und du hörst noch so ein Murmeln okay vorher hat er gesagt so warte hier muss was noch was erledigen ja und sie wird so ein bisschen ihre Sachen auf das das Bett werfen und ein zwei Sachen aus aus ihrer Tasche einfach rausziehen aus dem Bett schmeißen und dann eigentlich so schnell wie möglich ihm hinterher und dann an die Tür lauschen wollen es soll erstmal so aussehen als hätte sie eine Zeit lang im Raum verbracht aber dann naja sie ist zu neugierig ja du hörst mehrere Männerstimmen unter anderem die Stimme von deinem Vater und eine weitere Stimme die dir bekannt vorkommt das ist ein eine männliche Stimme die du schon mal gehört hast aber nicht von hier sondern aus einem Dorf wo deine Tante wohnt die das ganz nah am Todeswall ist die gehört wohl zu dem zu dem Wirt dort also Krämer Wirt das ist in diesem Dorf gar nicht so für uns zu unterscheiden der hat so einen Laden wo er Sachen verkauft und halt auch irgendwer Eintöpfe verkauft und so ein bisschen selbstgebrannten und die Stimme kannst du eindeutig wiedererkennen weil die so ein bisschen knarzig ist was macht der denn hier wir können das nicht zulassen ja sie haben ihn in das neu gebraute Gefängnis gebracht gut dass sie ihn da nicht die ganze Nacht stehen lassen ihr armen Kerl aber wenn sie ihn da reingebracht haben dann naja kann man ihn da auch wieder rausholen das ist viel zu gefährlich wir haben ja nur ein paar Stunden Zeit wir können das nicht gut vorbereiten aber wir können auch nicht zulassen dass dem Armen das passiert er hat ein Kind und seine Frau ist gestorben an dieser komischen Seuche was soll denn mit dem Kind werden verdammt nein wir nehmen es nicht mit nicht alleine wenn dann muss der Vater mit irgendwo in den Westen ich kenne da einen Weg übers Gebirge da müssen wir halt an Neu-Ogren-Wacht vorbei und ja die neue Priesterin ist lästig und wird Fragen stellen aber wenn wir schnell genug sind kann sich die Kunde noch nicht umtun dass jemand geflohen ist wir müssen nur schnell sein ja dann kannst du auf meinen Karren hier aufpassen und auf meine Tochter und dann machen wir das schnell ich bin in ein ein zwei Monaten wieder hier eigentlich nehmen sie nicht mit ist viel zu gefährlich durch die Gebirge durch das Gebirge ja Mora belauscht das und sie achtet auch drauf ob sie Schritte hört keine Schritte okay dann wirst du weiter irgendwie ja wie sollen wir es denn wir bräuchten irgendein Ablenkungsmanöver es ist schwierig irgendwie das wir dürfen uns ja auch nicht zeigen wir bräuchten irgendjemanden der der mit einem Bogen umgehen kann und vielleicht einen Brandpfeil schießt also können wir das Gefängnis in Brand setzen und wenn in der Verwirrung nehmen wir schnappen wir uns einmal und tun so als wenn wir löschen würden und holen ihn dann da raus ich denke die Wachen sind kein großes Thema das wird das wird der Katlo sein der betrinkt sich abends immer und wenn er eh so halb kaputt ist und das Feuer das wird ihn total überfordern der ist leicht zu überwältigen und Moros Blick wandert quasi auf ihre Tasche oder auf an ihrem Gürtel wo sie die Schleuder hat wir haben aber niemanden der mit einem Bogen umgehen kann und so weit werfen können wir auch nicht sie nimmt all ihren Mut zusammen und macht die Tür auf wenn alle anwärtsigen Männer drehen sich um eins zwei davon haben sogar schnell so ein Dolch irgendwie vorblitzen lassen und rechnen den jetzt so auf dich und werden dann aber sehr schnell entspannter und dein Vater so Kind was machst du hier ich mach das du machst was wieder rüber gehen in dein Zimmer nein 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 das mit dem Bogen also beziehungsweise meine Schleuder sie nimmt sie so von ihrem Gürtel der Wirt aus Neu-Ogren-Wacht schaut dich so an deine Tochter kann mit der Schleuder umgehen ich kann verdammt gut mit der Schleuder umgehen das stimmt aber das ist zu gefährlich Kind aber ihr braucht jemanden und du weißt dass ich das kann und du hast gesagt dass du mich nicht belüsten wirst du bist noch zu jung für sowas das höre ich heute zum ersten Mal zum zweiten oder dritten aber du hast gesagt dass du mich nicht wie ein Kind behandeln willst ja das hier gehört nicht dazu das ist ein Kampf wenn was schief läuft dann kannst du sterben ich kann mich verstecken du weißt das und wenn es wirklich nur darum geht um ein Ablenkungsmanöver dann mach ich das ich kann das wirklich ja der ähm der der ähm Mann den du noch nicht kennst der dabei sitzt ein etwas stämmiger breitschultriger Mann mit so einer speckigen Lederschürze bekleidet noch irgendwie so sieht ein bisschen aus wie ein Schmied und dann so bei Ingram ich ich könnte hier so einen kleinen flammenden Ball machen wie viel weiß sie wie hast du gehört Kind genug um zu wissen dass ihr dass ihr den armen Hund befreien wollt was ist wenn sie sie schnappen meint dein Vater sie hat das gleiche Risiko wie wir alle und wenn du sie nicht wie ein Kind behandeln wolltest musst du zu deinem Wort stehen oder die Herrin Rondra lehrt uns wir sollen zu unserem Wort stehen ja und sie sie blickt auf ihren Vater hoffend ich meine wenn ich helfen kann und er dadurch nicht seine Augen verliert dann möchte ich das tun na schön nur für diesen Abendtropf ich hoffe er weiß danach zu schätzen was wir für ihn getan haben gut dann werde ich jetzt dieses dieses Brandgeschoss entwickeln ich habe da so ein Rezept bekommen für teurer Geld gekauft in Altzoll müsste ich müsste die Ingredienzien noch haben ich mache mich sofort auf den Weg der Steuer läuft so an dir vorbei irgendwie den Gang runter mit so einem schweren Schritt kommt dann nach einer kommt nach einer Zeit wieder und ich habe alles zusammen ich mache mich dann an die Arbeit morgen früh komm zum zur Schmiedekindchen und lass dir nichts anmerken dass wir uns kennen sie nickt nur kleinlaut also nicht morgen früh Entschuldigung das wird Blödsinn in Mitternacht weil das muss ja nachts passieren weil den nächsten Tag ist ja schon dran sie nickt nur kleinlaut und sagt nichts mehr bevor sie sich verplappert ja komm Mitternacht zu mir und lass dir nichts anmerken und ja gut gut ja dann mit deinem Vater wieder alleine bist auf dem Zimmer stößt er so einen tiefen Seufzer aus du wirst schneller erwachsen als ich das für gut befinde als dir lieb ist ich finde es gut dass wir ihm helfen dass wir es versuchen er gehört zu unserer kleinen Gruppe hier wir jedes Mal wenn wir hier in der Stadt durchkommen machen wir so einen naja einen Götterdienst er war neu dabei er hat gesagt die Alte hat ihm das Buch gegeben und er ist neugierig geworden ob man die alten Zustände wieder herstellen könnte für seinen Sohn und auf dem Heimweg ist er erwischt worden ja das heißt wir sind teils mit Schuld denn sie suchen nach unserer Gruppierung schon lange aber sie wissen nicht dass wir eigentlich in Neu-Ogren-Wacht uns treffen und nicht hier weißt du deswegen warum wir deine Tante so selten besuchen damit es dich auffällt das heißt eigentlich können wir alle unsere Augen dafür verlieren wenn man uns erwischt ist wird uns glaube ich noch viel Schlimmeres passieren als nur unsere Augen das heißt wir holen ihn raus und verschwinden hier so schnell wie es geht das heißt Mora wird ihr Date morgen nicht machen können tja das wird ihr auch gerade bewusst aber das wird dem kleinen Jungen das Herz brechen tja irgendwas ist immer ne Sehnsucht hält wach wird vielleicht zur Hoffnung genau das ja und Mora wird keine Sekunde müde werden am Abend und wahrscheinlich viel zu aufgedreht in diesem Zimmer verharren bis es soweit ist bis die die Erwachsenen bringen sich auch schon in Stellung lassen dich dann alleine zur Schmiede laufen und du siehst dann tatsächlich wenn du da ankommst irgendwie den diesen grobschlechtigen Mann der so eine Kugel irgendwie in der Hand balanciert so zwei Stück davon ja ich gehe ganz nonchalant auf ihn auf ihn zu komm her gehst du irgendwie in so eine Nische neben dem Haus pass auf ja ich habe nur zwei Stück davon du hast also zwei Versuche mhm allerdings siehst du diese kleinen Fäden an der Kugel und sie betrachtet sich diese Kugel ja die brennen relativ langsam ab das heißt du hast zwei drei Wimpernschläge bis du schießen musst wenn du es nicht loslässt und nicht schießt und das Ding vorher angezündet war und das noch auf deiner Schleuder ist während du sie gespannt hast dann war es das mit dir dann gehst du in Flammen auf verstehe ja ok vorsichtig damit wenn komm nicht zu nah an irgendein Feuer wenn es naja du weißt was passiert wenn das Ding abbrennt mhm und sie nimmt sich die und betrachtet sie noch kurz bevor sie sie in die Tasche steckt ich zeig dir eine Seitengasse von der man ein gutes Schussfeld hat zumindest denke ich dass man es hat wie weit kannst du damit schießen so 100 Schritt ordentlich für ne Schleuder gut nehmen wir zur Sicherheit die Hälfte das sollte reichen vielleicht 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 war 100 Schritte etwas übertrieben aber verkauft sich gut ganz der Vater gut also los geht's und dann nimmt sich so ein Schmiedehammer von der der so in der Wand gesteckt hat und nimmt den so ab dreht den einmal so in der in der Hand so rum und du siehst das erste Mal so die andere Seite von dem Schmiedehammer also auf die eine Seite ist der Blank auf der anderen Seite ist halt so eine Art ja Feuer eingraviert ein bisschen verziert los geht's und sie weicht ich laufe ich laufe ich laufe ich laufe nach vorne wenn du mich siehst wie ich aus dem Schatten der Häuser trete zündest du das Ding an und spätestens wenn ich am Haus angekommen bin musst du geschossen haben ja verstehe gut ich versuche ihn abzulenken die Wache mögen die zwölfe mit uns sein vier ruhen mit dir und deinem Schuss danke möge die zwölfe auch mit dir sein dann geht dieser geht er die Gasse entlang und du kletterst das Haus empor und ich versuche mich so ein bisschen wenn ich oben angekommen bin quasi in Deckung zu ducken und nestel die schon mal die Schleuder vom Gürtel und halte nochmal diese Kugel in der Hand und betrachte sie nochmal die glitzern so leicht und lege sie so schon mal ein wenig in dieses Futter der Schleuder und jetzt noch ein bisschen in der Hand wiegst hat es so ein leichtes Kribbeln wenn du sie in der Hand hast so irgendwas stimmt mit diesen Kügelchen nicht irgendwas daran besonders sonderbar ja und ich halte Feuer bereit oder beziehungsweise mache ich mich bereit Feuerstein und Stahl und dann noch so ein Stäbchen oder eine Kerze die brennt genau und halte Ausschau um bloß nicht den Moment zu verpassen ja hast gute Sicht auf die beiden enger aneinander stehenden Gebäude das den Bauernhof und dieses Gefängnis Gebäude und siehst dann tatsächlich kannst du weil du genau weißt wo sich die Männer verstecken auf dem hinter dem Haus siehst du deinen Vater in einem Gebüsch sitzen an der Seite noch eine Gestalt und dann aus dem Schatten tretend dann der Schmied die andere Gestalt war dann der Wirt aus Neuogren Wacht ja und wenn ich sehe dass er an der Stelle ankommt die er mir gewiesen hat dann verwickelt dann die Wache in ein Gespräch und schnell zieht er dann unter dem langen Mantel den Hammer raus und legt den in die Magengrube das ist der Wache und Mora schießt mit ihrer Schleuder genau da werde ich mal eine Karte ziehen damit wir es mal gemacht haben können wir gerne machen warte mal zup ja okay dann was sagt dir diese Karte er fahrt Wind und Wasser Orientierung Orientierung ist schon mal gut Rettung Freiheit Sicherheit ja das sagt mir auf jeden Fall dass der Schuss gelingt würde ich doch mal sagen und dass er sein Ziel findet doch also sie sie nimmt die Schleuder und entzündet diese die Lunte der Kugel und etwas hektisch aber sie versucht sich ein wenig zur Ruhe zu zwingen legt sie die Kugel in das Futter der Schleuder und spannt es und sie weiß dass sie nicht viel Zeit hat ein zwei Wimpernschläge und dann muss der Schuss sitzen und in dem Bruchteil einer Sekunde spannt sie und sucht ihr Ziel mit den Augen und findet es und lässt los und als hätte sie es geübt findet diese Kugel ihr Ziel während dem Flug passiert etwas Außergewöhnliches was Mora nicht erwartet hätte also es erwartet dass die Kugel da vielleicht einschlägt und dass dann irgendwie ein kleines Feuer ausbricht oder so weil die dann in der Kugel das in der Kugel dann gefangene Feuer irgendwie was wie das ganze weiß ich nicht wie das verstanden gehen soll Mora hat da keine Ahnung von aber was anderes passiert denn im Flug verwandelt sich dieses kleine dunkle schwarze leicht schimmernde Kügelchen einen großen Feuerball der bestimmt zwei Köpfe Durchmesser hat und dieser große Feuerball schlägt auf das strohende Gefängnisdach mit einer sehr heftigen Wucht ein und zerschmettert es förmlich und man es hört eine kleine Explosion wie sie als der Feuerball in das Dach einschlägt Punken Stieben nach allen Seiten irgendwie die Erde zittert nicht wirklich aber vielleicht sind es deine Hände die zittern aufgrund dieser nicht erwarteten Situation und nicht nur Funken Stieben in alle Richtungen sondern auch die kleine Flammenzungen suchen sich ihren Weg vom Gebäude weg das Gebäude steht nicht mal ein paar Sekunden in Feuer und Flamme und inmitten dieses Flammenwirrwarr siehst du die drei Gestalten wie sie in das Feuer hineinlaufen und du betest zu wem auch immer dass die dass dein Vater in diesem diesem Flammenmeer dort unten nicht verglimmt ja wahrscheinlich hält sie eine ganze Weile den Atem an bevor sie merkt dass sie weiteratmen muss und steckt dann schnell ihre Schleuder ein und klettert ein wenig zittrig und ein wenig hastig vom Dach hinunter schnell hörst du dann irgendwo Alarmglocken und Leute kommen aus ihren Häusern gelaufen auf dem Rückweg leicht zittrig laufend läufst du vielleicht in eine Frau hinein die gerade aus ihrer Tür stolpert und irgendwie so ein bisschen verschlafend reinguckt was ist denn hier los und dann schon bist du um die nächste Ecke gebogen Ja ich ich renne zum verabredeten Treffpunkt und schau dass das Pferd bereitsteht und hörst draußen halt wie die Leute ja ähm wie halt sehr viel los ist irgendwie du hast irgendwie immer weiter die Alarmglocke du hast Leute rufen und schreien irgendwie und traust dich aber nicht den Treffpunkt zu verlassen sie wartet und wartet und dein Blick wandert auf die zweite Kugel die du noch hast die du nicht benutzt hast was auch immer das ist und du siehst immer noch dieses kleine Schimmern auf der Kugel und fühlst auch immer noch wenn du sie jetzt in der Hand wägst dieses Kribbeln auf der Hand Fläche was Hölle hat er dir da gegeben Ja sie sie verstaut diese Kugel sicher dass sie nicht verliert und dass sie auch bloß nicht von jetzt auf gleich Feuer schlägt das ist sie nicht ganz geheuer aber es ist unglaublich mächtig und das weiß sie die wird sie gut verwahren wer weiß wofür man das noch mal braucht Ja und irgendwann wird die Tür aufgestoßen zu eurem Zimmer und ja nur du riechst schon so ein bisschen verbranntes Fleisch du siehst irgendwie deinen Vater mit Brandwunden im Gesicht halb verbrannter Kleidung und auch irgendwie du siehst den Wirt aus Neu-Ugrinwach den Schmied kannst du jetzt nicht sehen und ja der Wirt hat sich so stützt den 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 Mann mit dem der eben noch auf dem Prager gestanden hat der deutliche Brandspuren trägt irgendwie der so einen verbrannten also der Arm sieht halt deutlich verbrannt aus man hat ihn irgendwie so verbunden von oben bis unten aber ja schnell wir müssen los ja und Mora schlägt schon so eine Decke vorm Wagen und wenn ihr dann nach draußen tretet irgendwie siehst du dann tatsächlich irgendwie dieses riesige Feuer das irgendwie hinter den Häusern irgendwie immer noch irgendwie brennt dass es weitaus größer ist nur das eine kleine Haus was brennt sie sieht wahrscheinlich wie die Dächer der Nachbarhäuser schon brennen und Flammen schlagen und wahrscheinlich auch ziemlich Panik auf den Straßen herrscht und sie schlägt wahrscheinlich gerade wenn sie auf die Straßen treten noch die noch die Decke über den über den Flüchtling den sie jetzt gerettet haben und genau versucht unerfällig gegen den Strom der anderen Menschen anzukommen und wirft dem Vater auch immer wieder ein paar Blicke zu geht es dir gut man verstaut den Flüchtigen unter den Fällen auf dem Wagen und ihr treibt die Pferde an euch zwischen die Gassen zu bringen und schnell seid ihr auf der kleinen Straße die euch aus dem Dorf heraus führt und von weitem kannst du jetzt wirklich in der Tat das Kornfeld sehen in dem du heute Nachmittag noch gestanden hast wie es auch mit Lichterloh in Flammen steht zusätzlich dazu dass alle anliegenden Häuser die um das Gefängnis herum gestanden haben ja 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 ihr werdet den Gefangenen wegbringen und gerettet haben ebenso seinen Sohn den der Schmied geholt hatte noch was die euch dann aber dings erzählen an dem kleinen Wellchen in dem ihr Rast macht ist dass es wohl ein bisschen nach hinten los gegangen ist mit dieser Kugel dass es etwas zu stark war was er zusammen gemischt hat Bora hat prima getroffen aber die Flammen waren nicht richtig löschbar und alles hat sich ausgebreitet nicht nur das Gefängnis ist abgebrannt bis auf die Grundmauern alle umstehenden Häuser das Feld und es hat Tote gegeben der Bauer und seine Familie im angrenzenden Haus sind als erstes überrascht worden von den Flammen und sind verbrannt als Mora das hört kann sie glaube ich erst mal nichts sagen dass wir dir die Kehle zuschnüren und Tränen in die Augen treiben aber ich glaube sie muss auch nicht viel sagen weil der der Müller der den ihr gerettet habt erzählt viel und dankt euch und spricht ein gebeten nach dem anderen und ich schulde euch mein Leben und in einer Tour bis der Schmied dann irgendwann sagt halt 's Maul verdammt siehst du nicht dass es uns echt mitnimmt das war meine schuld dass das alles passiert ist wie viel auf die haft hast du geschossen Mora sie holt in dem Moment diese Kugel nochmal raus und zeigt sie nur einmal sie nimmt sie dir sofort aus der Hand nein das Ding muss vernichtet werden was nein das ist viel zu stark das sollte nicht mal ein Viertel von dem Schaden anrichten das es gemacht hat was hat ihn gerettet ja für die Brandblasen an meinem Arm und in meinem Gesicht meint dein Vater der so ein bisschen verkohlte irgendwie die Hälfte von seinem Haar ist irgendwie abgebrannt da solltest du noch gucken lassen das sieht nicht gut aus und Mora guckt trotzdem noch auf diese Kugel die der Schmied war es aus der Hand genommen hat wenig grimmig dass er ihr das aus der Hand genommen hat es könnte es könnte mir das Leben retten beim nächsten Mal es wird kein nächstes Mal geben aber ihr habt meinen vater gerettet mit der sohn des müllers da bin ich euch auch dankbar auch wenn das alles passiert ist nimm es mir nicht übel kleiner aber jetzt gerade wünschte ich dein vater hätte sein augenlicht verloren und Leute die gestorben sind wären noch am leben ja und sie verkneift es meint dein vater mora verkneift es sich dem dem jungen zu sagen dass sein bester freund wahrscheinlich auch in der nacht gestorben ist das wird ihr schon schnell genug rausfinden und schnell genug realisieren dass das ein kampf mit mehr opfern war als es gut wäre dein vater geht dann zu dem schmied hin legt ihm seine verbrannte hand auf die schulter wir können nicht alle retten aber wir können es versuchen verdammt wir haben es versucht hätte ich doch nichts gesagt ja ja und sie sie geht alles was was passiert ist noch mehrmals durch und wenn sie nichts gesagt hätte was wäre dann passiert oder nicht passiert und ja das das lässt sie nicht durch sie wird sie wird nicht schlafen können und das immer wieder durchdenken fällt das hätte sie anders machen können unruhigen schlaf und landen der tagunitot ist der schlaf manchmal nicht nur unruhig sondern gefährlich und äh mora träumt einen schlimmen traum in dem sie mitten des blumenfeldes steht und äh mit dem jungen scherzt und der dann vor ihren augen verbrennt und dann auf dich zeigt und sagt du bist schuld und erwacht erwacht kopfschüttelt und in dem augenblick schlägt mora im jetzt und hier wieder die augen vom lagerfeuer weg auf das verbrannte stück fleisch was du zu lange im feuer gehalten hast und ja es ist dahin es ist nur noch kohlen und blickst zu den in lumpen gehüllten flüchtlingen hinüber die auf anderen ecke an am ende des feuers sich in decken eingeschlagen haben und dann kommt diese diese worte von deinem vater hoch kannst sie nicht alle retten sich alle retten der schmied du kannst es versuchen du kannst es versuchen du kannst es versuchen du kannst es versuchen und am nächsten tag wird mora mit dem flüchtlingen und dem jäger durch den kleinen eistunnel warten im gebirge und auf dem plateau ankommen auf der anderen seite auf der westlichen seite der schwarzen sichel unter euch erstreckt sich ein schöner blick ins tal und auf die westliche seite der rabenmark in der ferne zu entdecken schon dass die die zinnen der pilgerstätte des boron kultes des golgari ordens die sankta boronia eine trutzburg die man hier nach dem krieg erst errichtet hat und du weißt ab hier ist die weg einfach er führt strade und mit einem ausgetretenen trampelfahrt bergab hier kann nichts mehr groß passieren und der jäger stupst sich an bis hierhin und nicht weiter oder es wurde noch bis hier bezahlt der weg ist halbwegs befestigt von hier aus sollten sie es schaffen das ist sank boronia oder davon gehört das sind die golgari orden ja das ist sank boronia und sie guckt nochmal über die die in lumpen gekleideten flüchtlinge und fast ein wenig verwundert dass sie es alle geschafft haben aber das sagt sie nicht das denkt sie dann sollte jetzt die andere hälfte des geldes bekommen und ein großer sack münzen wechselt dem besitzer und die flüchtlingsgestalten machen sich auf den weg den trampelfahrt hinunter und das sind den jäger und mora allein mora zählt wahrscheinlich ein wenn nicht sogar zweimal jede münze nach und blickt ihnen hinterher bevor sie sicher verstaut in ihrer tasche wie abgemacht die zweite hälfte des wegzeugs 150 goldmünzen wie abgemacht und sie haben es alle geschafft besser gelaufen als sonst gut für deine reputation ach was man in den dörfern über mich sagt das willst du gar nicht wissen ja was für eine summe und laut zählend verlasst der unser blick mora die sich wieder in den eistunnel zurück wendet und leicht hallen die schritte aus dem tunnel wieder ein dutzend zwei dutzend und hier verlässt unser blick mora weilrand für jetzt und vielleicht sehen wir sie wieder in ein paar wochen wenn es dann richtig los geht und die anderen auf sie treffen ja vielen vielen dank für dieses prelude wir sind ein bisschen früher als gedacht fertig aber ich denke wir haben alles erzählt was was wir erzählen wollten ja wir haben viel erfahren über mora und ihren vater und ja schön dass du so toll mitgemacht hast ich hoffe es hat dir auch gefallen ja auf jeden fall das gemacht was du wolltest es sind ja preludes sie sind nicht wirklich hundertprozentig abgesprochen aber sind ja geskripteter als die es abenteuer später sein wird ja auf jeden fall ich hoffe man hat einen guten eindruck von mora bekommen das ist nicht alles so schwarz und weiß und das wollte ich eigentlich erzählen und ja es hat mich sehr gefreut es hat mich hat super Spaß gemacht in diesen Charakter zum ersten Mal einzutauchen in den noch jungen Charakter aber immerhin ja genau der ist ja ein wenig älter geworden ja der Zocknerf hat jetzt hier am Ende nochmal was gefragt ob wir den irgendwann würfeln nein in diesem Projekt werden wir niemals würfeln also ich würde es niemals nie sagen vielleicht würfeln wir irgendwann mal irgendwie Gesichtswürfel oder sowas aber das ist nicht vorgesehen eigentlich und wir haben auch heute nur eine Karte gezogen im letzten Pilot überhaupt keine genau wenn du mehr davon wissen willst Elano hat es ja schon geschrieben wenn du später auf YouTube schaust auch die Verlinkungen zu den Arcana Kartensystemen sind unten drin das ist sehr einfach und es ist ein Erzählspiel ja genau es ist ein reines Erzählspiel wir erzählen euch eine Geschichte gemeinsam und wir brauchen diese Würfel nicht die stören nur ja gut wenn ihr das später nachschaut auf YouTube das jetzt gerade jetzt hier auf YouTube irgendwie seht dann hinterlassen uns doch einen Kommentar unten drunter einen Daumen hoch würde uns auch freuen gerne Verbesserungsvorschläge wenn ihr denn welche habt konstruktiv nehmen wir die immer sehr sehr gerne an und ja ich möchte auch nochmal erwähnen wir könnt dieses Format hier auch als Podcast hören auch die Links dazu auf YouTube dann unten drunter ansonsten schaut ihr mal auf meiner Homepage vorbei www.dercoali.de da könnt ihr auch alles mögliche finden genau blubber hallo YouTube sehr schön hallo blubber ich wurde ja gar nicht gegrüßt jetzt muss YouTube zurück also alle mal in die Kommentare auf YouTube hallo blubber schreiben damit er sich zurückgegrüßt fühlt ja und ja vielen vielen Dank an dich Sierra dass du mitmachst als Springerin zwar nur aber immerhin gerne gerne ist ein interessanter Charakter finde ich und ich werde ihn ja zwischendurch auch mal werde ich sie ja auch verkörpern müssen ich hoffe ich kriege das auch richtig so hin aber ich denke wir haben uns da was interessantes zusammen ausgedacht Dankeschön fürs Koala-Kraulen und vielen Dank an euch da draußen an den blubber und an Elanor und an den Kakko und an den Zocknav und an all die anderen die heute jetzt hier gerade zugucken ich habe jetzt ganz viele bestimmt vergessen aber das sind die letzten die hier was geschrieben haben toll dass ihr so schön aktiv hier mitgefiebert habt danke für die tollen Worte mit dem Nein weitermachen das ist sehr schön und ja in zwei Wochen geht es weiter mit einem dritten Prelude dann widmen wir uns einem völlig neuen Charakter der ganzen Sammelsurium dann begleiten wir auf seinen ersten Schritten den Kakko und seinen Charakter da bin ich schon gespannt der spielt nämlich einen Novizen der Pereine und heute kam ja Pereine auch schon ein bisschen vor und ja bin mal gespannt ich könnte euch freuen auf die Ereignisse eines ich glaube das ist immer noch das Nesthäkchen in unserer Gruppe ich weiß gar nicht der Charakter von Marot ist glaube ich auch sehr sehr jung aber ich ich glaube der ist sogar noch jünger als der Charakter von von Kakko aber ich muss es nochmal genau nachlesen also der Charakter von Kakko ist sehr sehr jung das heißt sehr sehr so ist er einer der Jüngeren und da werden wir ihn bestimmt auch noch einen doll weit in seine Vergangenheit begleiten und ich kann schon mal so viel sagen Mora hat einiges zu tun mit dem mit dem guten Charakter von Kakko wer das denn genau ist und was der ist und wie der so drauf ist das erfahrt ihr dann in zwei Wochen hoffentlich sofern uns das Real Life keinen Strich durch die Rechnung macht aber das wird schon klappen also in zwei Wochen geht es weiter mit der Splitterdämmerung nächste Woche Sonntag wieder die Phileas und Saga bis dann macht's gut tschüss schade wobei aber ihr könnt ja auch mal da gucken oder da guck mach das mal lohnt sich bis zum nächsten Mal tschüss